Weniger Selbstbestimmung und ein eingeschränkter Leistungskatalog für alle, heißt es darin. Die Erfahrung in anderen Ländern zeige, dass in solchen Einheitssystemen nur Menschen einen Zugang zur Spitzenmedizin erhielten, die es sich leisten könnten. Das wäre der Beginn einer echten Zweiklassenmedizin. Lauterbach nennt das Hetze. In einer Bürgerversicherung gäbe es nicht nur eine Kasse, sondern mehr als 120 Anbieter, betont er. Auch die PKV könne ein solches Versicherungsprodukt anbieten. Und dies sei dann nicht der Beginn, sondern das Ende der Zweiklassenmedizin. Schließlich bestehe dieses Problem im bisherigen System, das man abschaffen wolle. Kassenpatienten kämen dort oft nicht an Spezialisten oder warten sehr lange auf einen Termin bei ihnen. Was würde eine Bürgerversicherung für die Mediziner bedeuten? Womöglich Honorareinbußen, vielleicht aber auch eine bessere Anerkennung schlechter gestellter Berufsgruppen wie etwa der Hausärzte. Bisher erhalten niedergelassene Mediziner deutlich mehr Geld für Privatpatienten und zwar auch für Leistungen, die sich von denen für Kassenpatienten nicht unterscheiden. Eine Studie des Wissenschaftlichen Instituts der PKV hat die Differenz beziffert, wenn alle Privatpatienten gesetzlich versichert wären, hätten die Leistungserbringer im Jahr 2014 demnach 12,45 Milliarden Euro weniger eingenommen. Allerdings will die SPD solche Einbußen komplett ausgleichen. Wir sorgen dafür, dass den Ärzten in der Summe keine Honorare durch die Hintertür gekürzt werden, sagte Lauterbach im Sommer dem Tagesspiegel. Das schließt finanzielle Umverteilung nicht aus. Laborärzte und Radiologen mit vielen Privatversicherten kämen bei einer Bürgerversicherung wohl auf deutlich weniger Umsatz. Hausärzte und Fachärzte auf dem Land würden dagegen profitieren. Man wolle das Geld ja gerechter verteilen, sagt Lauterbach. Es sei ungerecht, dass ein Laborarzt heute im Schnitt fünfmal so viel verdient wie ein Hausarzt. Die Privatversicherer dagegen warten, weil sie von keinem Ausgleich ausgehen, mit Schreckenszahlen auf. Im Falle einer Bürgerversicherung würden allein die niedergelassenen Ärzte im Jahr über 6 Milliarden Euro einbüßen, rechnen sie vor. Damit würde jede Arztpraxis im Schnitt mehr als 50.000 Euro pro Jahr verlieren. Auch Hebammen, Physiotherapeuten und Zahnärzte wären demnach in ihrer Existenz gefährdet. Den Funktionären ist das Bürgerversicherungsexperiment nicht geheuer. Die SPD versuche unser leistungsstarkes System aus den Angeln zu hebeln, sagte Ärzte-Präsident Frank-Ulrich Montgomery. Was uns als gerechtere Alternative zum dualen Krankenversicherungssystem angeboten wird, ist in Wirklichkeit der direkte Weg in die Zweiklassenmedizin. Mit ihren hohen Leistungsversprechen setze die PKV bisher auch die gesetzlichen Kassen unter Zuckzwang und sichere so auch deren Mitgliedern einen hohen Versorgungsstandard. Das müsse so bleiben. Wo legen Kompromissmöglichkeiten der SPD-Politiker Edgar Franke, im bisherigen schwarz-roten Bündnischef des Gesundheitsausschusses, kann sich eine Stufenlösung vorstellen, die der Union vielleicht nicht gleich das große Bauchgrimmen bereitet. Dazu würde gehören eine Honorarordnung mit gleichen Honoraren für gleiche Leistung, mit denen man ein Rosinenpicken der Ärzte ebenso verhindern wie dem Ärzte-Mangel in ländlichen Regionen gegenwirken könnte. Und die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung, bei der Arbeitnehmer und Arbeitgeber den gleichen Beitrag zahlen. Unwahrscheinlich dagegen ist es, dass die SPD den Privaten gleich auch die Altersrückstellungen für die Bürgerversicherung abzuknöpfen versucht. Eigentlich gehören die 233 Milliarden Euro nämlich den Versicherten. Wenn überhaupt, hätte wohl das Bundesverfassungsgericht über den Transfer dieser Gelder zu entscheiden.